Nach dem letzten Braten sieht der Backofen schnell einmal nicht mehr ganz so gut aus. Wenn dein Backofen so aussieht wie dieser hier, dann wird es Zeit für eine gründliche Reinigung der Backröhre. Den Backofen mit chemischen Mitteln sauber zu machen kostet nicht nur unnötig Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Zum Glück gibt es eine vollkommen natürliche Möglichkeit den Ofen wieder sauber zu bekommen, nämlich den Zitronensaft. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und du brauchst dafür 2 Zitronen oder reinen Zitronensaft, eine ofenfeste Schale, etwas Wasser, einen feuchten Schwamm, um die gelösten Verschmutzungen wegzuwischen. Als erstes pressen wir die Zitronen aus und geben den Zitronensaft in die ofenfeste Schale. Wenn du Zitronensäure verwendest, dann gibst du diese in die Schale. Danach geben wir das Wasser dazu. Bitte nicht zu viel. Danach stellen wir die Schale in den Ofen. Am besten auf ein Backofengitter, damit sich der Wasserdampf mit der Zitronensäure gut im ganzen Ofen verteilen kann. Wenn der Ofen so stark verschmutzt ist wie in diesem Fall, dann verteile ich gern etwas vom Zitronensaft direkt auf den besonders stark verschmutzten Stellen. Stelle den Backofen auf 120 Grad und wähle um Luft. Dann lassen wir das Ganze arbeiten, bis das Wasser verdampft ist. Danach den Ofen abkühlen lassen und die gelösten Verschmutzungen mit einem feuchten Schwamm wegwischen. Der Wasserdampf hat die Zitronensäure aus dem Zitronensaft im ganzen Backofen verteilt. Die Zitronensäure ist ein starkes, natürliches Reinigungsmittel und löst Fettreste, eingebrannte Essensreste und andere Verschmutzungen. Sollten hartnäckige Verschmutzungen übrig bleiben, dann empfehle ich euch eine Reinigung mit Backpulver und Essig zu machen. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Der Vorteil von Zitronensaft bzw. Zitronensäure gegenüber Backpulver, Natron oder Essig ist der angenehme Geruch nach der Reinigung. Denn unangenehme Gerüche im Backofen sind danach auch verschwunden. Es riecht angenehm nach Zitrone. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Mit einem Klick auf die kleine Glocke werdet ihr übrigens immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis dann, euer Alex.